Musik Die Geschichte von Haverkater begann 2014, als unsere drei Gründer die Vision hatten, ein altbekanntes, einfaches Gericht aus nur drei Zutaten zu einem nährenden, schnellen und vor allem vierseitigen Frühstück für die Masse zu machen. Aus einem winzigen Berliner Porridge-Kaffee sind inzwischen Stores überall in Deutschland geboren. Vor allem an den deutschen Bahnhöfen können Pendler, Reisende und Genießer unsere Haver-Kreationen genießen. Wir glauben an ein einfaches, nährendes und transparentes Essen und einen herzlichen Umgang mit Menschen, denen wir es täglich servieren. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020